Hallo und willkommen zu Ich hab da mal ne Frage. Heute, was ist ein Argument? Ein Argument besteht in seiner einfachsten Form aus meistens drei Teilen. Erstens die Behauptung, zweitens Begründung zur Unterstützung der Behauptung und drittens Beweise zur Unterstützung der Gründe. In der philosophischen Betrachtung besteht der Großteil der Argumentationstheorie aus Prämissen, Beispielen und einer Konklusion. Sind die Prämissen überzeugend, so überzeugt auch die Konklusion. Und wenn ich das zusammenfasse, warum mache ich eine Aussage und wie kann ich das Gesagte beweisen? Also relativ einfach. Es gibt moralische, gefühlte, ästhetische, praktische, theoretische, ich weiß nicht was für Gründe für eine bestimmte Aussage. Nur müssen die, um eine belastbare Aussagekraft zu haben, bewiesen werden können. Und zwar für andere. Weil ich kann glauben, was ich will. Ich brauche keine Argumente. Andere brauchen das. Ich wurde von Außerirdischen entführt, ist kein Argument, sondern eine Behauptung. Egal wie realistisch sich das für mich persönlich gefühlt haben mag. Egal wie es für mich aussah. Für andere gibt es keinen guten Grund, das zu glauben. Daher ist die Behauptung alleine nicht überzeugend. Ich habe mit Jesus gesprochen, ist daher auch kein Argument, sondern eine Behauptung. Unbelegt, unbewiesen, kann getrost ignoriert werden. Mein Auto sieht schneller aus als deins. Das ist kein Argument, sondern eine Behauptung. Reine Ästhetik. Daraus kann man nicht schließen, dass es auch tatsächlich so ist. Aber wenn dann Testläufe gemacht werden und nach einem empirischen Verfahren korrekte Daten vorliegen, kann durch ein Argument mitsamt vorhandener Fakten demonstriert werden, dass eines der Autos tatsächlich schneller ist als das andere und nicht nur so aussieht. Oder halt umgekehrt. Das Argument lautet dann, mein Auto sieht schneller aus als deins, was dann tatsächlich durch mehrfache Messungen über ein empirisches Verfahren auch bestätigt wurde. Das ist ein Argument. Aber es gibt auch bei Argumenten Sonderformen, zum Beispiel diese Syllogismen. Deduktive Syllogismen bestehen meist aus zwei aufeinanderbezogenen Aussagen, die eine logische Schlussfolgerung erlauben. Also aus Prämissen, also Voraussetzungen und einer Konklusion der Schlussfolgerung. Man nennt das auch einen logischen Schluss aus einer Wenn-Dann-Aussage. Und das würde dann so aussehen. Prämisse 1, Autos haben unterschiedliche Leistungs- und Geschwindigkeitsprofile. Prämisse 2, Leistungs- und Geschwindigkeitsprofile von Autos können gemessen werden. Und dann die Konklusion, ein bestimmtes Auto kann als schneller oder langsamer klassifiziert werden. Das folgt dann aus den Prämissen 1 und 2. Fazit, es gibt verschiedene Formen der Argumentation. Nur eine ist nicht darunter. Die lapidare, stumpfe Behauptung. Leider ist aber genau das, was ich am häufigsten vorgesetzt bekomme. Schade.